Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Division 2 hier in meinem Anfänger Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und habe mir natürlich direkt erstmal für heute eine leichte Aufgabe rausgesucht, das Tidal-Bassar. Basin, okay, ich habe gedacht, das wäre ein Bassar. Na gut. Lass mich da gerne eines Besseren beleeren von unserem Funker Johnny Boy. Ich weiß seinen Namen nicht. 3685, will ich auch haben. Jo, wo geht's raus? Äh, wo geht's lang? Zeig mir die Route. Ja, dann seh ich die wieder nicht. Muss ich hier raus? Äh, ich hab's doch markiert, oder? Nö. Die Black Task haben die Virustatica in ihrem Stützpunkt am Tidal-Bassin und planen, sie an einen sicheren Ort zu bringen. Wir müssen sie bergen, bevor das geschieht. Wir haben eine Schwachstelle entdeckt, über die sie in die Basis gelangen können. Ein Heli steht bereit, um die Virustatica abzuholen, sobald sie sie haben. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ich habe jetzt auch, äh, ja. Die letzten... Weiß ich nicht, vier Tage oder so? Es ist keine Vision mehr gespielt. Ich hoffe, es geht einigermaßen gut und flüssig. Und ich baue nicht zu viel Mist, aber... Da ich jetzt auch noch, äh... Stand da gerade einer? Warte, eben noch den Loot holen. Ich habe letzte Nacht auch noch sehr wenig geschlafen. Ich habe jetzt gerade die Folge Cone für morgen fertig gemacht. Und, äh, ich muss zugeben... Ich bin, äh... Ein wenig übermüdet. Aber da ich da mal wieder selber schuld dran bin... Hilft da ja auch kein Jammern, ne? Aber ich habe zuerst Cone aufgenommen. Ich habe mir gedacht... Okay, spielst du danach, dann... The Division, da wirst du ja wieder munter. Action und so. Jetzt versuche ich erstmal, der Action ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Damit wir auch unser Ziel erreichen. Ah, so. Da drüben steht doch schon jemand, oder? Aber das ist jetzt neu. Hier sind wir noch gar nicht gewesen. Oh Gott. Oder doch? Glaube nicht. Oh, oh. Oh, hallo. Das ist nicht gut. Scheiße, ihr schützt in meinen Sachen. Oh, nee. Jetzt kommt wieder irgendwelche Gegner noch von da. Ich lasse mir mal den da weg. Hört still. Oh, nee. Wenn schießt du da? Oh, Gott, oh, Gott. Warte, 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 warte. Easy. Wir sind einfach zu gut. Wir sind einfach zu gut. Na. Aufheben. Nee. Bitte. Danke. Dankeschön. Danke, danke. Hier müssen wir noch gar nicht hin, oder was? Das war super. Doch, wir müssen da rein, ne? Da stehen noch mal ein paar. Oh, wie ist hier? Kaum Deckung. Äh. Wann hab ich denn die Waffe gewechselt? Äh, ich meinte, ich holte jetzt mal mit der anderem Waffe. Verdammt, jetzt komm ich da nicht dran. Komm ich da dran? Nee. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Sie müssen die Virustatica bergen, bevor die Black Tast sie an einen sicheren Ort bringen. Gehen Sie durch den Krater und finden Sie den Pumpenraum. Wir haben dort Sprengsätze angebracht. Wenn Sie die zünden, sollten Sie reinkommen. Okay. Wir wechseln mal wieder auf die dicke Wumme hier. Und wir haben hier einmal um die Ecke geguckt. Keine Gähner. Scheinlich. Oh. Hallo. Die hier dann noch reingesprengt? Sehr gut. Okay, und jetzt suchen Sie den Zünder. Die Explosion wird einen Einsturz verursachen, der Sie direkt in die Basis bringt. Oh. Ich habe ihn gewonnen. Kommt da jetzt jemand runter? Das war, äh, auf jeden Fall sehr dezent. 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 Das ist mein Turret, oder? Ja. Ich muss aufhören, auf meine eigene Turrets zu schießen. Ich möchte die Male stillhalten. Nein, keiner sieht dich. Ich weiß. Was? Das ist ein normaler Walgen. Rüstung, rein auseinander. Da. Ich kann dich weg. Hör'a. Da. Alter, Mann. Hä? Wie kann der denn auf mich schießen, aber ich treffe ihn nicht. Ach, da ist noch einer. Habe ich nicht gerade nachgeladen? Oh! was ist das? ist es weg? ist es kaputt? also so sneaky sind wir noch nie in der beziehung gestartet dass man jetzt die ersten paar meter äh lass das Ah, Uni. Klingt vielversprechend. Vielleicht können wir so Ihren Funkverkehr anzapfen. Oh, toi. Nein. Hä, die haben alle nachgeladen. Ja, ist verlos zu. Genau, gehen wir mal drauf. Ahem. 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 Black Task Geschütz umgehen Ich frage jetzt nicht, welches Geschütz Suchen Sie ein Terminal und verbinden Sie es mit Isaac Kannst du doch mal bitte sagen Wunderkerl Woden Äh Klar irgendwo Über mir Mal gucken, wer ist bei Dana Wer weiß, was passiert, wenn ich Mich da unten verbinde Andrew Ellis? Wer ist da? Eine Botin Wie ich höre, hat Senator Richards bereits Kontakt zu Ihnen aufgenommen Er hat durchaus mein Interesse geweckt Mich würde interessieren, was genau Ihre Freunde vorhaben Und was ich dabei für eine Rolle spiele Ausgezeichnet Es wäre natürlich am besten, wenn wir die Details persönlich besprechen könnten Lässt sich einrichten Und ein mieser, kleiner Ich da hoch spring Komm ich denn da drauf? Da ist eine Truhe Ja Ach komm, bestimmt später Ah, das ist bestimmt So Äh, jetzt gerade nicht Die Container sind bereit für die Aufnahme Wo bleiben die Helis? Dauert noch einen Moment Wir arbeiten dran Scheiße, verstanden Da machen sie sich das, ne? Da kommt ein Division Agent Verhindern Sie, dass diese Helikopter abheben Mach ich Da keine Fässer? Komm Komm Äh, warum Gehst du dich da drauf? Danke Da Gehst du dich da drauf? Ja Gehst du dich da drauf? 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 Aufhören! Aufhören! Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Die Helis sind außer Gefecht. Wie zum Teufel konnte das passieren? Wir müssen das in den Griff kriegen, sofort! Kümmern Sie sich persönlich darum! Verstanden. Nix kriegt hier in den Griff. Na nix. Keine Chance. Komm! Eine Patrone von 100. Links ist irgendwo einer. Nein. Entschuldigung, ich stehe nicht hoch genug. Getroffen! Hä? Auch da! Kleiner! Klingt, als könnten Sie jede Hilfe gebrauchen. Draußen steht ein Unterstützungsteam bereit, aber Sie müssen es irgendwie durch das Haupttor bringen. Jetzt brauche ich auch nicht mehr so richtig Hilfe. Bisschen spät. Denke ich. Aber ich weiß, was noch kommt, ne? So, da ist eine Munitionskiste. Da haben wir noch etwas looten. Dann haben wir noch etwas looten. Wer ist der andere Looter? Sind das Seeminen? Nee, das ist keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwann mit Autoreifen dran. So. Schauen wir doch mal. Ist hier was für uns? Nein, nix. Gar nix. Ah. Jawoll. Mit Schatz. 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 Eiger Roboter. Ey, nicht reparieren. Nein, 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 nein. Daneben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht auf mich zählen. Bitte sterben Sie jetzt. Das zeigt er sich nicht, ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Waffen vollen. Wo ist denn einer noch? Warte, wo sind wir denn? Einen habe ich auch schon kaputt. Nein, 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 nein. Zweifel. Nein, 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 nein. Nein. Ich sage dir mal wieder, die können nicht zählen, die Jungs. Ja, chill doch mal, Bro. Oh, Alter, ich kann doch nicht hexen. Und außerdem ist hier kein Timer. Oh Gott, da kommt irgendwen. Hilfe. Wir werden angegriffen. Verstärkt den Haupttorsektor. Ach so. Oh, Alter, doch. Nein, da will ich gar nicht hin. Da liegt ja unten. Wo ist denn der Haupttorsektor? Hilfe. Don't panic. Alles für gut. Da. Äh. Okay, ich sollte nicht da oben drauf stehen. Schön. Hier der Tod runterfielen. Ah. Droni. Rauf an. Lass euch nicht in die Zange nehmen. Ist das mit dem Nachladen das heute? Ist das mit dem Nachladen das heute? Wie komisch. Ah, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Rauf an. Das ist mit dem Nachladen. Das ist mit dem Nachladen. Ist der ne? Nein. Das ist mit dem Nachladen. da gibt es doch gar nicht schnell macht das schon wieder wenn man etwas auffälliger sein ich öffne das tor sobald der bereich sicher ist suchen sie die virustatiker feuern sie ein signal für das unterstützungsteam ab sobald sie sie haben wir halten uns hier bereit und geben deckung machen wir machen wir transportieren die virustatiker per Luftkissenboot. Ich will die Zylinder auf verschiedenen Booten. Fangen Sie die Zylinder ab. Die Blacktask dürfen keine einzige Probe rausschaffen. Was für Zylinder? Die hier oder was? Hey. Ich lese mich. Ich meine, ich habe da hinten jemanden laufen sehen. Nein, hier komme ich nicht lang. Äh. Hey. Ich habe hier keine Zeitnot, oder? Komme ich denn hier weiter? Hier. Äh, nö. Warum kann ich hier nicht drüber? Da. Hier lang, nein. Ah. Don't panic. Ich habe die doch eben da langlaufen sehen. Sie auf irgendwas schießen? Hm. Ach so, jetzt komme ich nur an den Loot ran. Ich verstehe nicht. Wie geht es denn hier weiter? Warum macht das Spiel das? Warte mal mit mir. War das so schön bisher? Hier durch? Ja, hier durch. Kürspeichergerät wurde entdeckt. Das müssen die Virustatiker sein. Oh, ich glaube da rüber. Nun zeigt er ein hübsches Gericht. Oh, ich glaube da rüber. Was ist denn? Aua! Mieser. Da. Ich will dich helfen. Komm ich irgendwo? Ja. Wir bringen jetzt einen Zylinder an Bord. Glaube ich nicht. Wir brauchen die Minigun. Hallo? Wir brauchen die Minigun. Wir brauchen die Minigun. Wir brauchen die Minigun. Da ist noch ein Bord. Ganz béren. Nein. Wir brauchen die Minigun. die Pörtini ich weiß noch jemand system unterbrochen wo ist denn dieses system wieder online system allein das wollte ich dann den standort signalisieren den zweiten virus datiker zylinder das unterstützungsteam sichert so lange den ersten diesen oh god ja 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 der feind hat einen der zylinder und versucht den anderen abzufangen haltet die brücke und schützt den zylinder ja 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 was hast du Okay, okay. Soweit? So gut, ne? Kann durchaus sein. Ich hab hier gerade gar keine Deckung. Er bitte Feuerunterstützung! Es sind Feinde auf der Brücke! Abgelehnt! Wir können die Virostatika nicht riskieren! Hab verstanden! Eröffne das Feuer! Hier, Thunderbird! Ich greife das Luftkissenboot jetzt an! Negativ, Thunderbird. Die reißen Sie in Stücke! Soforteke medizinische Hilfe erforderlich! Weißt du, Thunderbird macht das nicht Sorgen? Für uns nicht. Kommt mir langsam entbehrlich vor hier. Ach, bitte. Ach, gibt's... Mann! Ein Turret wieder beschreiben. Und geht auf. Und ne Turret aufheben. System Fehlfunktion. Ja, ja, ja. Schlimmer Bau. Muss jetzt mal wieder rausziehen, wo das Ding steht. System reaktiviert. System unterbrochen. Probe gesichert, bringen wir sie raus. Verstanden. Gute Arbeit. Komm ich dann. Tragbarer Behälter in der Nähe. Wann, das unser Teddy? Das gibt es also. Wann, das ist unser Rubschrauber? Der Helikopter hat die Turbinen erwischt. Wir sind gestrandet, verdammt! Y-1, Sie müssen zu Fuß weiter, sofort. Wir brauchen diese verdammten Virostatika. Ich soll weglaufen? Ich dachte, Sie würden mich besser kennen. Das ist ein Befehl, Y-1. Y-1, hören Sie! Sichern Sie die restlichen Virostatika auf dem Luftkissenboot. Das Unterstützungsteam schützt die Zylinder. Da ist ein kleines Luftkissenboot. Und wann sind da noch Tausende? Äh... Die Jungs, sie können rennen. Wahnsinn. Ne, jetzt nicht mehr. Ich hab mich drum gekümmert. System wiederhergestellt. Natürlich, jetzt hüpft der da runter, ne? Ich hab mich drum gekümmert. 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 Die Drona wird im Visier. Wartet mal! Uiuiuiuiuiui. Macht die Raketenwerfer bereit! Reden Sie, Wyvern! Was tun Sie da? Ich jage das beschissene Weiße Haus in die Luft! Haben Sie Ihren Scheißverstand verloren? Ich glaube, die ist mehr als eine Irre. Klappt ja bei denen. Ähm. Hey? Was? Wo? Ach da! Ah! Da gerate ich mal wieder in Panikmodus hier. Ich den Weg nicht dahin finde. Da. Töp 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 töp. Hallo. Oh. Ziele erfasst! Leite Startsequenz ein. an alle das ist keine übung wir müssen das gebäude evakuieren wiederhole das ist keine übung meine herren das sind alles kleine olympia sprinter wo leben ist jetzt nicht so ich lasse das mal stehen können sogar google ausweichen ach so ich habe ein timer von einer minute startplatz sichern der ist hoch landet doch direkt auf meinem kopf bereit für feindkontakt was muss ich denn schießen oder so ob was muss ich denn schießen raketenswerfer aus der gefecht setzen jetzt kommt schon wieder einer ach man leute hört doch mal auf ich sag hier sind tausend leute aus dem schiff dem luftkissen bildchen wie schalte ich das ding denn ab und dann muss ich den kabeln von ich weiß nicht wie ich das ausschalte ach man ich kann mich auch nicht umgucken ich das ist gerade echt blöd den raketenwerfer aus der gefecht setzen aber wie das kann ja nicht sein hier drin ich weiß es nicht das noch mal was soll denn das wie mache ich das denn ja super ich weiß nicht wie ach come on ey komm lad mal schneller nach ach ach das nervt jetzt wie soll ich den denn außer gefecht setzen seht wohl scheißköpfe was hat das ding da ein bisschen erklärung wäre echt cool gewesen oh man so ist ja ja du bist die coolste sie werden nicht enttäuscht bleiben das ist keine übung wir müssen das gebäude evakuieren wiederhole das ist keine übung ich weiß nicht wie ich das hätte ausschalten sollen ich stehe gleich wieder vor dem gleichen problem immer noch eine frau ne ne wir gehen wieder da rüber wie eben das der Firefox und Ach doch, ein Stromaggregat. Ach so, ja, und dann macht es ja wieder den Notstrom an. Oder irgendwas, keine Ahnung. So. Stromaggregat. Nein, gar nicht. Jetzt habe ich wieder Raketenwerfer ausgefechtet. Also doch da drauf schießen. Was soll ich bei dem anderen auch machen? Och, come on. Zweite Mal hat sich das... ...voll daneben letztes. Ach, da oben ist es noch so'n Ding. Hä? Ist das jetzt kaputt oder nicht? Ich... Ich schnall's nicht, ehrlich nicht. Da ist er denn, Sonny. Mein Tod steht so gut. Was ist der denn jetzt? Ja, ich hab das gleiche Problem schon wieder. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Dumme Quest, ehrlich. Das nervt mich gerade so maßlos. Na gut, ich mach an der Stelle erst mal ein Break. Da gucken wir dann morgen weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.